Hallo und Herzlich Willkommen auf GTA 5 Online Heute spielen neue Adversionsmode Collection Time Und wir spielen irgendwie mit unserem Team 367 Ich glaube 7 gegen 7 Und wir spielen die Nummer 1 Wir werden schon beschossen hier Weg hier Ne, konnte ich ja nicht geschießen Alter, was ist denn nie da los Letzte rum sind schon 2 geläftet Waren wir auch am spielen Da war wieder Cheater Ja Das haben wir schon probieren lassen Ja, die werden alle mal gemacht Ja Ja so, der ist ja immer gleich schön gekillt Haben wieder Punkte für die Leute da Wir haben jetzt schon 12 Punkte Ey Er geht richtig voran du Wir spielen 3 Runden Ich will doch mal einen Punkt sammeln Ja, wir haben Punkte dabei 2 Punkte haben wir jetzt, weg hier! So Weg hier 2 Punkte Wir haben jetzt alle Punkte jetzt So Ich geh schön mal hinter Wir haben alle irgendwie Punkte So Ich steh mal schön hinten Schön hinterm Gebäude hier Warte mal Ja Wollen wir ein bisschen Ablenkung Hahaha Babam! Alter, was fliegt da denn alle nach? Scheiße, die haben einen Punkt geholt Ist einer gestorben, was für eine Scheiße hat er aber gemacht? Alter Alter, das sieht gar nicht gut aus Das sah aus, als ob wir die Runde gewonnen haben Aber Das müssen wir jetzt wieder Ja Jetzt müssen wir ein bisschen pülen, sonst geht das gar nicht Guck mal jetzt So Wir haben schon wieder einen Punkt geholt Wir haben drei Punkte geholt Oh, das ist ja schön am lecken Ne Wir haben jetzt sechs Punkte Aber Wir haben vier Punkte Wir haben irgendwie mehr gehabt aber Ich hab jetzt fast alle Punkte Ich sammeln die Punkte mal Ich sammeln die Punkte mal Ist besser Dann sollen wir alle mal in schön schießen Jetzt muss ich auch aufpassen Mal weg hier Gleich weg hier Gleich weg hier Ich hab jetzt fünf Punkte Schön hinterm Gebäude Ist besser so Ich kann mal schön knallen Aber das ist ja schön mal Aber Da haben wir ja nichts mehr So So Bleib mal kurz Hier hat null Lass mal hier stehen Sonst einer schneit da Da sind wir wieder kaputt Es sind zwei Koffe dahinter Was sollen wir machen? Ich glaub mal kurz hier Alter, da ist schon einer da Da muss ich auch passen Ich kann's halt weg Lass mir die andere Seite von dem Gebäude gehen Wir haben noch ein, drei Minuten Ich weiß auch nicht kaputt geschossen werden Da haben sie sieben Punkte Das ist richtig gut Vier Punkte Sechs Punkte Haben die andere Eieieieiei Sieben Punkte Freistand Eieiei Das sieht ja gar nicht gut aus Jetzt haben die keine Punkte mehr So schnell kann was gehen So schnell kann was gehen So Ich bleib mal hinter dem Container Papiercontainer oder Müllcontainer Geht ganz gut aus mit der Blume Geht ganz gut aus mit der Blume So So in eine Minute noch Jetzt da sitz ich ja Da sitz ich schon Schon kaputt oder was Ist so weit weg Ich kann ihn nicht abschießen Wir haben sie sieben Punkte Ich muss jetzt sie fünf Punkte behalten Ja du kannst dann wie die andere machen Taktik machen Dass du sie selber killst Musst du auch nicht machen Wo ist er jetzt? Wir sind ganz hinter jetzt Noch ein bisschen mal in der Gegend schießen Ja das ist ja ganz gut Die müssen wir schützen Oh Er hat einen Punkt Er hat nur sechs Punkte Er hat einen Punkt da Irgendwie bin ich geschossen oder? Ne lass mal schön Warten Wir haben 18 Sekunden Zeit Ja ist ab und zu mal langweilig Und spielspiel Aber sonst wirst du ab und zu mal taktisch spielen ne? Mal sehen manche Leute Die rennen immer nach vorne Und dann hast du die Runde noch verloren Jetzt haben wir 13 Punkte Ey Hammer! Wir haben fast alle Punkte gesammelt Und jetzt ist Haben die Runde gewonnen Ja sicher Ah die waren hinterm Haus da Ja Schön Und 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 genau Ja Das ist ja ganz gut Wollen wir mal gucken Ah ich hab die meiste Punkte gesammelt Ich hab nur ein Kill gemacht Aber ja Ist ja nicht schlimm Du wirst erste wenn du die meiste Punkte hast Und manche ist doch nach Kills So das ist ja schön Ja ab und zu ist das mal schön langweilig Aber ja Du musst das mal taktisch spielen ne? So da sind wir wieder Ich glaub wir sind alle wieder da Runde 2 Guck mal wie hochrad ist da Guck mal wie hochrad ist da Sieht da ganz schön aus Und wie morgens oder Bisschen leblich war da gerade Ja So So Wir müssen zum Beispiel Wir gehen nach rechts Die andere gehen nach links Und Aufpassen dass wir nicht spielen Wir haben hier keinen Schitz hier Oh Oh Was sind zu viel Spiele bei Oh Schon kaputt der Vogel Oh Wir gehen mal ganz kurz da hin Oh Da kommen doch ein Schitz von hinter kommen Was Ah Weck 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 So ein Punkt Ne Ist kein Punkt das ist ganz komisch dass du keinen Punkt nützt, irgendwie stimmt aber nicht da sind irgendeine Böcks drin, dann habe ich das zum Auge gehabt was sind wir jetzt, ich sehe ja keine was sind wir jetzt, ich sehe nicht alle ich sehe da sind überall die braunen oder wir haben jetzt sieben Punkte also irgendwie Gas, die ja aktiviert worden aber da ist er gar nicht, ich muss einen helfen so, kann man schützen, ah nein, da sind es mehrere Leute, die haben jetzt ein Problem Mayday, 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 Mayday so, wir sind fast tot, ey nein ich muss noch Punkte sammeln, wir hatten sieben Punkte, weil ich will auch ein Punktchen haben ja, ein Kill gemacht, da muss ich den Koffer sammeln ne, der hat ja nichts scheiße ja das geht auch, ja, ich war schon fast kaputt, ey ah, egal geht da ganz gut aus, ey wie sind die jetzt, die sind alle hinter die haben jetzt sieben Punkte noch immer die haben alle keine Punkte ja die stehen hier mal kurz, mal gucken sieht der geil aus, oder? ich kann mal einen schönen Wind machen was ist er jetzt? die sind hinter mir, hinter, hier nach hinter na, komm, ich habe wieder einen Bock, da wieder die stecken, der scheiße was ist er denn? also da sind die alle nein hinter dem Bullsehervogel, ey ja, ich habe 20 Leute, ich schieße mich kaputt, ey das kann doch nicht sein oh, ich bin jetzt in dieser Runde rausgeschreckt wir müssen kurz da vorne, ey ja, guck mal, oben auf dem Haus, auf dem Dach das ist auch ganz gefährlich eigentlich, ne da muss ich den Geld sammeln hier, 5 Dollar, das ist richtig geil nur 5 Dollar, ja, sicher oh, was er denn meine Fresse, ey oh, ey, da haben wir 10 Leute aufgeschossen hat er Punkte gehabt? die haben ja immer noch 7 oder 6 irgendwie stimmt das auch nicht ich sehe auch keine blauen, äh, grünen Koffer auf dem, äh, auf dem Schindler wo ist er denn jetzt? komm zu oben oh, wo rauf oder was? irgendwie hat er einen Bock, weil es kriegen keine Punkte mehr die werden alle beschossen jeder hat einen Punkt irgendwie stimmt der ganz nicht, gar nicht wieder nein, er wird beschossen er wird beschossen ich komme von allen Seiten jetzt rennen weg hier rennen können wir hier auf dem, auf dem, hier können wir hier den Rasen mähen okay, geht er aber, das ist geil, wenn du das bekannst oh, so was sind wir jetzt? muss ich mal eben ein schönes Bild machen irgendwie stimmt da mir die Punkte nicht mehr irgendwie hat er wieder einen Bock, ey scheiße, was ist denn jetzt da? ja, steht gekillt man der Vogel killt mir wieder, ey ja, die kommen von allen Seiten ich habe einen Punkt ich stehe da nur Punkte oben drauf das finde ich schon mal hat einer Kackbocker wieder aber ja, wir haben jetzt ja, ich bin beschossen der Vogel ist schon der Tod das ist ein, ein ich, das glaube ich, der eine ist ein Cheater, glaube ich wenn ich gerade mich beschossen habe gut beschossen habe da kommen die schon oh, wir schießen die alle kaputt und jetzt ich kriege Geld dabei, wir haben die ja gemacht oh, jetzt habe ich ein Problem jetzt habe ich wirklich ein Problem egal, wir schießen meine Güte meine Güte, hier, der wird ja aller ha, 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 ha wir sind doch jetzt nicht zu beschossen Alter, was ist ja hier der Aller los Raumwinner geil jetzt, der letzte Runde noch noch eine Runde ja, ich habe einen Punkt geholt der eine hat 21 Kills, ey was hat er denn da gemacht? ist das ein Rambo oder was? ei, 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 ei oh, trotzdem haben wir das gut gemacht so, wir laden in der neuer Runde der dritte Runde und die müssen wir gewinnen und da sind die auf jeden Fall Maximiliener ja, sicher Runde 3 komm, 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 komm oh, da kann ich jetzt nach unten oh, wir sind ja in den Punkt ich kacke jetzt wieder und alle wieder Punkte, aber ich muss schon abschießen, ey ha, ha, ha ich komm, mal einmal ich muss einmal auf die Map gucken explodiert, weil ich gucke aber dann links und rechts die blaue das ist so geil immer, ey alter, nein, ja ich gehe faul auf meine Fresse die gehen ja gar nicht tot hervor was hat er denn? ist das raus? hat er da gemacht? da ist das hier ein ja, super nein ja der ist schon wieder so immer noch 7, 6 egal wenn es so bleibt hat er hier nichts gewonnen aber wir gehen jetzt auf Killen jetzt egal wenn er ein Bock tritt ist er aber nicht alter, ich schieße das scheiß Holz da mein Holz ah nein ah ich wollte den ich wollte den messen der Vogel da geht da geht er nicht oh wir kriegen ja schon wieder Assisted Kill die haben nicht so viele Kills gemacht aber wir haben ganz viele Assisted Kills das ist ganz gut muss ich sagen ja mal gucken was sind die jetzt ey da kommt schon wieder einer ey der 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 fügt da wie ganze ich finde diese diese Erfüllung oder diesen Backflug richtig geil hier hat er gewollt was sind die jetzt endlich muss man die Rasenmäher benutzen so viele Sachen das ist ja richtig schön ey was ist ja geblieben denn ist schon kaputt alles ist kaputt war immer 7 6 aber also wir können gar nicht schützen da ist wieder meine gerne server ist das was ich hab ihn doch ich hab ihn doch getroffen oder jetzt in den Busch gelandet noch 2 minuten ja komm schneller runter die beiden mal kurz hier guck mal hier oben auch da sieht das schon einer ja der ist schon gekillt 20 leuten drauf da sind die bleiben alle was hat er für eine scheiße zu spät gesehen man der trefft auch richtig schnell oder oh oh soll gar nicht explodieren ist er einmal so weg die hat da richtig Böb oder sind richtig Cheater hier im Spiel drüben oder so meine Fresse das ist ja sicher mein Fresse wir sind irgendwie im blauen Team haben richtig Cheater aber ja da haben die Pech gehabt da haben wir schon gewonnen oder so wir gehen mal gucken da ist schon wieder einer die schützen wir voll hier ja hier irgendwie war da Punkt oder ist schon auch wieder kaputt das ist auch genug Geld wir sammeln Geld aber guckt da nichts ist irgendwie schon eine schöne Alter komm komm schieß da da war geil oder diese Kinder auch machen was ist alles schon kaputt da war richtig schön die haben die haben da fliegt ab aller seien in der luft hier weg hier 20 sekunden hoch ist er hat hat noch fünf sekunden wir haben gewonnen und Metzwinner Nice wird einer schreiben denke ich mal er würde mal gleich schreiben Nice So wir haben schon den 100 gewonnen